In Paola Marias neuem Video verrät sie endlich Neuigkeiten zu ihrem Baby. Das Geschlecht scheinen Sascha und sie schon zu wissen, aber sagen wollen sie es nicht. Und diese Frage werde ich nicht in diesem Video beantworten, weil das ist noch so unser kleines Geheimnis. Doch einigen Fans fällt auf, dass sich Paola direkt zweimal verplappert. Und es klingt beide Male so, als würde sie wie Bibi einen Sohn bekommen. Kriegt sie also wirklich auch einen Sohn? Die Fans sind sich sicher. Psst, Paola Marias hat nun endlich auch verraten, wie weit sie mit der Schwangerschaft ist. Wann das Baby also genau auf die Welt kommt, erfährst du im Link in der Infobox. Für mehr Videos abonnier unseren YouTube-Kanal Starzip.de und für mehr spannende News werde Fan von unserem kostenlosen WhatsApp-Service. Wie das geht, erfährst du ebenfalls in der Infobox. Prof, fois von selbst. 3 5 2 Untertitelung des ZDF, 2020